Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raid Shadow Legends mit meiner Wenigkeit, eurem guten Alien und wir machen Free2Play Serie Folge 18. Wir sind mitten in der Fusion, eigentlich fast am Ende der Fusion. Wir pullen jetzt ein paar Shards, wir pullen jetzt ein paar Seelen, ich zeige euch den Progress. Ich erkläre euch jetzt mal kurz die Pläne, weil wir haben ein paar neue Pläne und wir hätten die Fusion fast nicht geschafft. Dazu komme ich jetzt dann gleich. Ja und das war es dann eigentlich schon wieder. Heute wieder sehr viel Input, sehr viele News. Wie gesagt, Fusionsgrind ist auch heftig. Die haben die Punkte angehoben etc. Aber ja, ab in den Account und dann erkläre ich euch alles, gehe über alles drüber. Bis gleich. So und wir sind, wie ihr sehen könnt, Free2Play Account Tag 229. Ziemlich weit jetzt schon mittlerweile. Wir bekommen bald Grush und danach sind wir schon in den letzten 30 Tagen für Vizix, wo es dann auch wieder vier Antike ein, wo es zwei Sacred gibt und ein bisschen gutes Gear. Wo ich mich natürlich auch freue, aber ja, Fusion ist im Gange. Wie ihr sehen könnt, Pytheon 80 Fragmente. Ich kann leider, weil ich nicht genug Splitter habe, ich habe nur einen Sacred. Ich habe gestern den ganzen Tag versucht, den letzten Stern in der Albtraumkampagne zu bekommen, dass ich den anderen Sacred bekomme. Habe es dann aber nach gut 300 oder 400 Energie aufgegeben, weil ich gesagt habe, okay, ich kriege den Sacred nicht. Habe es mir dann ausgerechnet und ich würde auch mit dem Sacred die Punkte nicht erreichen, dass wir in dem Event, nee, das ist nicht das hier, sondern hier der Beschwörungsrausch. Das wäre ein Beschwörungsrausch, ist recht klein für euch, sorry. Wie gesagt, die Auflösung ist ganz strange auf diesem Bildschirm. Bei 4925 Punkte könnt ihr vergessen, also da komme ich niemals hin. Ich glaube, ich bin auf knapp 4000, 4100 Punkte und die restlichen 900 kriege ich nicht. Und damit allen, also alle grünen geöffnet, alle blauen, alle voids und der Sacred. Sogar den zweiten Sacred habe ich mit einberechnet, deswegen ja. Aber wir haben gerade dieses geile 10-fach-Event, wenn wir wieder Leggy hitten, wäre es natürlich crazy. Wir machen auch die Voids auf, sprich, wenn wir da eine Epic hitten, wäre es natürlich auch geil, vielleicht einen Man-Eater zu pullen, der würde den Account auch nochmal, was das Clamos-Game angeht, voll verändern. Ja, wie gesagt, wir machen den Sacred auf, wir machen die 10 Voids davon nur auf, weil ich habe gestern, ich habe heute vom Clamos einen bekommen, deswegen rechne ich gerade mit dem einen Void nicht. Und dann machen wir noch 20 Blaue auf und dann müsste ich die Punkte haben für die Fragmente, die 5. Und dann, ja, es hat gerade dieses Mond-Deck-Blabla angefangen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, muss ich ehrlich sagen, ist eine reine RNG-Sache. Ihr müsst euch Atefakte holen, also hier unten sehen wir es, Atefakte holen oder Champions leveln. Ich werde jetzt keine Champions leveln, weil kein Champion Training ist. Und Atefakte bekommen wir, weil wir das Drachen-Event für die Fusion farmen müssen tatsächlich. Und, ja, wir bekommen jetzt dann, und das wollte ich euch nämlich zeigen, ich habe den Dungeon-Divers, den letzten, nicht geschafft. Und wie ihr hier sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr es genau sehen könnt, es sind 6.140 Punkte, habe ich gehabt. Der zweite war die ganze Zeit bei 4.300 Punkten, hat aber von gestern Nacht auf heute nichts mehr gemacht. Für mich ist gerade Sonntag. Und ich habe gestern Nacht einfach 3.000 Energie auf den Account geladen, deswegen habe ich auch nur noch 400 Gems. Und habe einfach den Autoklicker laufen lassen, beziehungsweise die Multi-Battles laufen lassen, die komplette Nacht durch, bis heute Morgen. Bin dann aufgestanden, habe gesehen, okay, wir sind bei 6.000 Punkte. Der erste wollte unbedingt seine Fragmente, der hat angezogen, weil der war bei 5.000 Punkten. Der hat aber dann auch nochmal angezogen, ist jetzt auf 7.000 hoch. Aber damit haben wir die Fragmente, jetzt bin ich raus, die mir fehlen. Weil mir fehlen die 5 Fragmente vom Dungeon-Divers. Und ja, die haben wir jetzt bekommen. Und somit bin ich wieder mit am Start. Weil wenn wir ja das Drachen-Event machen mit den 5, dann haben wir 90. Dann kommt noch ein Artefakt-Event, damit haben wir dann 95. Und wir kriegen noch die 5 heute vom Beschwörungsrausch. Und dann haben wir die 100. Artefakt-Event wird heftig. Ich habe gerade wieder nur 4,7 Millionen. Und die haben allgemein die Punkte angehoben. Und deswegen, diese Fusion ist ein bisschen heftig. Doom Tower, ich bin tatsächlich jetzt ein Hardstack hier. Ich komme tatsächlich nicht an dieser Stage vorbei. Da war ich das letzte Mal. Eine Stage dauert einfach auch viel zu lange. 12 Minuten, 15 Minuten, 18 Minuten zum Teil. Aber wir machen tatsächlich, weil ich ja jetzt super viel Spinne gefarmt habe, konnte ich meinen Champions ein bisschen Gier geben. Und ihr seht hier, wir haben 15,46 Millionen gemacht. Sprich, wir sind gerade immer im 3-Key-Bereich. Mein bester Key war gestern, vorgestern, mit 19,4 Millionen Damage. Auch auf Rot, wo mein Nephril positive Affinity ist. Was natürlich super nice ist. Arena bleibt alles gleich. Wir aktualisieren alle 15 Minuten. Wir picken solche einfachen Kämpfe raus. Oder diese Einser-Kämpfe. Das ist ätzend. Tormund freest mich die ganze Zeit. Ich habe zu wenig Widerstand. Sowas probiere ich erst gar nicht. Ja, Faction War habe ich bis jetzt auch nicht weitergegrindet, weil aktuell die Fusion einfach auf dem Plan steht. Und wir da natürlich weitermachen müssen. Aber ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Wir sind im Albtraum. Also, ihr seht es jetzt gerade. Wartet mal. Cam, 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 Cam. Nein, das ist Overlay. Cam. Albtraum-Kampagne. Mir fehlt einfach ein einziger Stern. Und wo fehlt er? Natürlich beim Endboss. Ich schaffe es einfach nicht. Ich hätte es witzigerweise gestern einmal geschafft. Das Ding ist aber das, dass meine Katzen da wegen Faxen gemacht haben. Da bin ich vorgegangen. War mitten im Run. Bin ich vorgegangen. Hab denen dann Essen gegeben. Bin zurückgekommen. Hab den Run abgeschlossen. Beide haben überlebt. Er hat einfach niemals seine Passive getriggert. Und dann gucke ich. Und dann waren wir bei 10 Minuten und 20 Sekunden. Und ihr müsst ja das mit zwei Champions abschließen. Und die zwei müssen ja überleben. Und es wurde nicht getriggert. Und trotzdem müsst ihr das aber in unter 10 Minuten schaffen. Und weil ich 20 Sekunden drüber war. Weil ich meinen Katzen zu essen gegeben habe. Habe ich es nicht geschafft. Und dann gar nicht mehr. Ich habe da noch 400 Energie oder so reingeballert. Und habe es aber leider gar nicht mehr geschafft. Was mich übelst gelangweilt hat. Weil sonst hätten wir das fertig. Aber ja. Und ich habe tatsächlich im vorherigen Wettbewerb weitergegrindet. Und bin jetzt hier angekommen. Wir können 20 in 4 Minuten farmen. Und das ist richtig geil. Weil ich brauche zwischen 4 und 5 Minuten. Das aktuelle Team ist das. Wie ich es euch ja gesagt habe. Ich habe Morley raus. Weil ich brauche einen Reviver. Denn es kann mal ganz unglücklich in der zweiten Wave sein. Und dann kratzt mir vielleicht Nephril oder eben mein Arminger ab. Aber ich habe jetzt Draconia mit rein. Weil Draconia auf der A1 jedes Mal einen Rundmeterverringerer hat. Die Möglichkeit von 30%. Und eben der Geschwindigkeitsverringerer. Und das ist natürlich geil. Weil wenn ihr von Nephril nicht sitzt. Dann haben wir das. Und ich habe sie mitgenommen. Weil sie einfach öfter. Also sie hat ein Relentless an. Und sie greift dann mit ihrer A1 und ihrer A2 an. Und das ist eben das Geile. Somit setzen wir recht oft. Vor allem in den Waves den Brimstone. Und proggen den. Was bei Morley einfach nicht so oft passiert. Der Punkt ist der. Jetzt seht ihr es. Ich werde jetzt dann Morley langsam aus meinen Teams rausnehmen. Weil Draconia jetzt ihren Spot einnimmt als Reviver. Schrägstrich Supporter. Und Draconia ist da einfach effektiver. Und dann kann ich meine Morley ein bisschen umskillen. Kann einen anderen Segen mitnehmen. Um sie mehr für die Arena zu nutzen. Und das freut mich natürlich. Das ist super nice. Und dann haben wir hier einfach Multi-Hitter. Multi-Hitter. Zwei-Hitter auf der A1. Und Arminger. Und dann haben wir in jedem Champion Rundmeter Kontrolle. Wir haben in Draconia und in Nephril den Speed Decrease. Also Geschwindigkeitsverringerer. Den hat ja Nephril hier auch. Und damit easy peasy. Durch den Rasen haben wir Defense Down und Schwächung. Und somit machen alle mehr Damage. Und ja. Ist farmbar. Es war kein einziger Fail. Ich habe das Feuerräder Event komplett durchgeballert. Sogar drüber hinaus. Noch weit viel mehr Punkte gemacht. Ich war am Ende auch bei 4000 Punkte. Aber Feuerräder grinden die Leute hart. Weil die Leute wollen aktuelle Generationsset. Und die wollen natürlich Wildset wie Irre. Und somit haben die das gefarmt. Und da bin ich dann nicht mehr ganz mitgekommen. Drache können wir ganz normal 20 farm. Hat sich nichts geändert. Außer die Zeit. Weil ich das Team ein bisschen angepasst habe. Das ist jetzt das Team. Das Team läuft jetzt viel, viel schneller. 2 Minuten 6 war gestern die schnellste. Äh heute die schnellste Zeit tatsächlich. Ich habe das heute zusammen gewürfelt. Ice Golem 20 haben wir auch farmen können. War bei 2 Minuten 46 dann am Ende. Dieses Team habe ich für Ice Golem benutzt. Musste ich so bauen. Musste ich mit 2 Supportern tatsächlich nehmen. Weil ich sonst immer wieder abgekratzt bin. Und das Gute ist. Nachdem ich Draconia eingebaut habe. Lief es zu 100%. Mit Morley lief es komischerweise nicht 100%. Das ist natürlich witzig. Aber es hängt bestimmt damit zusammen, dass der Ice Golem auf grüner Farbe ist. Und Spinne. Wir sind bei der 20. Aber ich schaffe sie nicht. Ich habe schon alles mögliche versucht. Ich habe bestimmt 150 Energie gewastet auf der 20. Nur um verschiedene Teams auszuprobieren. Und bin jetzt aber bei diesem Team hier geblieben. Ich habe das Team hier auf der 17. Ich habe die ganze Zeit 17 gefahren. Nicht die 19, weil mir das zu lang gedauert hat. Und weil von der Energie und Punkt der Effizienz einfach 17 viel sinnvoller ist. Dadurch, dass es nicht so schwierig ist. Die Farbe auch noch Void ist. Und ja. Weil hier meine blauen Champions haben einfach Pech hier. Und ich benutze einfach einen aktuell. Aber Tyrell ist super wichtig. Ich brauche die Rundmeter Kontrolle von seiner A3. Und deswegen ja. Mit diesem Team läuft es einwandfrei. Wir haben sehr viel Rundmeter Kontrolle. Unser Death Knight mit seiner Passiv saugt alle Gifte auf. Stirbt dann irgendwann. Dann revivet ihn Morley direkt. Dann saugt er wieder alles auf. Und dann Stück für Stück. Also ihr seht auch. Ich habe Rasen rausgenommen. Weil es mit Nephril schneller läuft. Die Spinne kommt nämlich immer wieder dran. Und die Gifte von Nephril machen schon am Ende viel Damage aus. Wir waren vorher bei über 4 Minuten. Jetzt sind wir immer bei 3,5 ungefähr. Das ist natürlich geil. Es ist auch vorher auf 5 oder 6 Minuten hochgegangen. Mit Nephril bin ich glaube ich nicht höher als 4,5 Minuten. Und deswegen ja. Aber wir kommen aktuell noch nicht dahin. Ich werde meinen Apotheker auf Rang 6 machen müssen. Ich werde dann die Draconia hier mit einbauen. Ich werde den Death Knight rausnehmen müssen. Ich werde dann auf jeden Fall Dragstar mit einbauen. Aber ich habe aktuell zu wenig Support Power. Dass ich es schaffen kann. Ist mir aufgefallen. Also ich brauche definitiv mehr Supporter. Ich brauche definitiv mehr blaue Champions in dem Team. Also wirklich keine neutrale Affinity. Sondern nur noch negative für die Spinne und ihre Spinnlinge. Weil dann wird Dragstar schön immer angegriffen. Und ja da werde ich mich aber noch einfuchsen. Spinnevent ist jetzt vorbei. Und sobald ich die 20 geschafft habe. Werden wir dann natürlich auch weiter in den Punkten grinden. Und dadurch dass ich jetzt immer eigentlich fast jedes Mal meine 15 Mille mache. Ist es ganz nice. Weil am Tag habe ich meine 4 Keys. Dann sind wir auf 60 Mille. Dann muss ich nur noch einmal Gems investieren. Für eben den Clan Boss. Und dann können wir diese Stages durchballern. Und haben dann diese Quest. Die natürlich heftig wird. Wobei ich sagen muss. Wenn wir 75 Mille schaffen auf Albtraum. Dann investiere ich halt nochmal 200 Gems. Kriegen ja hier genug. Und hole mir dann die 100 Mille Schaden. Damit wir Arbiter endlich bekommen. Dann geht schon der Grind für Ramantu los. Ob wir den am Ende bekommen oder nicht. Werden wir sehen. Weil das Ziel ist Lydia und nicht Ramantu. Und ja. Der Plan als nächstes ist auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt noch ein paar Champions hochgezogen. Ich habe jetzt Luria auf Rang 6 gemacht. Ich weiß noch nicht wie ich als nächstes auf Rang 6 mache. Ich denke höchstwahrscheinlich um Spinne zu schaffen. Nehme ich meinen Apotheker. König Gelkova wäre natürlich auch eine Option. Weil wir hier Schilde haben. Weil wir hier Blocke Buffs haben. Und bla 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 entfernt wurde. Genau Gift. Das ist halt geil. Weil wir Gifte immer entfernen. Das ist natürlich auch sehr sehr interessant. Ja. Und weil wir hier halt auch noch Dauerheilung und Schilde haben. Also wäre eine Option ihn mit hochzuziehen. Und auch hier wann immer ein Gegner. Der im Gift-Debuff unterliegt. Einen Verbündeten angreift. Kriegen wir halt ein Schild. Also der ein Schild hat. Wird automatisch Gift-Debuff aktiviert. Somit könnten wir eventuell auf der Spinne. Vor allem er ist blau. Ich brauche ja blaue Champions. Auf der Spinne 25 ein bisschen rumschießen. Also das wäre natürlich auch eine Option. Dass ich Gelkova nehme. Dass ich Apotheker nehme. Dass ich daneben sage. Ich nehme Dragstar. Ich habe die Draconia. Und dann nehme ich noch Rundmeter Kontrolle. Im Arminger. Weil ich da einfach immer auf der A1 Rundmeter. Rundmeter. Rundmeter habe. Und ich denke mal das dürfte dann klappen. Aber das werde ich alles dann sehen. Das ist alles Zukunftsmusik. Und ja. Championmäßig als nächstes. Muss ich wirklich schauen was ich hochziehe. Aber ich tendiere wirklich hier so. Yannicka. Fenex. Galkobar. Irgendwie sowas. Oder Apotheker eventuell. Um zu sagen. Okay. Ich habe da weiter meinen Progress. Danach geht es weiter an die Rang Vierer. Für Fraktionen. Aber da werde ich hochziehen. Was einfach am sinnvollsten für mich ist. Wo ich einfach sage. Okay. Keine Ahnung. Ich bin bald mit den Zwergen durch. Also schaue ich dass ich einen Zwerg hochziehe. Ich bin bald mit den Hochelfen durch. Vor allem wir kriegen jetzt einen Arbiter. Dann ziehe ich irgendwelche Hochelfen hoch. Dass ich die Fraktion durch habe. Und so mache ich das Step by Step. Jede Fraktion die wirklich gut aussieht. Wie Untote. Wie Dämonen. Hochelfen. Dunkelelfen. Barbaren. Und Zwerge. Das sind so die Fraktionen die ich am Anfang. Wo ich jetzt den Fokus drauf lege. Und sage die mache ich. Da ziehe ich es durch. Da kann ich nämlich. Da habe ich die Champions. Und weiß. Dass ich dann am Ende die 63 Sterne schaffe. Und somit kriege ich dann die schönen Belohnungen. Da gibt es jetzt dann in den nächsten 5 Belohnungen. Gibt es schön Sacred. Gibt es auch Leggy Bücher. Und da fängt es dann an. Wirklich geil zu werden. Von den Belohnungen. Und ja. Also wir haben sau viele Pläne. Wir machen natürlich immer im CWC den großen Saal. Wie ich euch gesagt habe. Erstmal alles auf 6 ziehen. Und dann geht es dann weiter. Wir können nächstes Mal zum CWC 2 bis 3 Stück auf Rang 6 machen. Was uns natürlich hilft. Also diese Genauigkeit hilft mir unglaublich. Ich schaffe es jetzt mit jedem Champion. Auch zum Teil ohne Genauigkeitsbanner. Auf 200 plus Genauigkeit zu kommen. Ist natürlich für die ganzen Dungeons super sinnvoll. Und ja. Deswegen also. Ihr seht gerade auch. Die Fusion bremst uns aus. Extrem. Weil wir uns auf die Fusion fokussieren müssen. Deswegen hoffe ich. Dass in Zukunft keine geile Fusion mehr kommt. Die wir unbedingt brauchen. Sondern eher eine Fusion. Die einfach okay ist. Die wir auslassen können. Weil Pytheon halt leider zu gut ist. Um ihn auszulassen. Und ja. Rotation vom Doom Tower ist auch bald vorbei. In genau 3 Tagen. 4 Tagen. Somit kriegen wir dann unsere letzten Fragmente für Helmut. Was natürlich nice ist. Dann können wir auch im nächsten CWC. Helmut beschwören. Ich warte mit Pytheon auch bis zum CWC. Dann bekomme ich allein mit den beiden 35.000 Punkte oder sowas. Und habe natürlich. Weil der nächste ist mit persönlichen Belohnungen. Schon über ein Viertel meiner Punkte geschafft. Die ich erreichen muss. Bei mir im Clan. Und ja. Was ich machen könnte ist. Ganz kurz nur. Ein paar Punkte. Genau hier. Damit wir 2000 haben. Und dann kann ich nämlich. Auch noch zwei Karten öffnen. Können wir gucken. Da können halt nice Belohnungen drin sein. Energie könnte hilfreich sein für mich. Weil wir ja. Drache fahren müssen aktuell. Und es sind aber. Es sind ein Haufen Sachen. Also wir können. Ich glaube irgendwo kann man nachgucken. Genau hier. Es gibt Multibattles. Es gibt sogar die Essenzen. Es gibt Münzen. Es gibt Seelensteine. Es gibt Voids. Es gibt Antike. Und aber auch Glyphen sind geil. XP Boosts sind ultra wichtig für uns. Also es können wirklich krasse Sachen dabei sein. Und dann können natürlich. Wenn wir dreimal die grünen. Dreimal die blauen. Oder drei Epics hintereinander hitten. Dann können wir diesen Bonus Loot bekommen. Und das skaliert natürlich heftig. Also wenn man sagt man hat drei Epics. und könnte dann ein Sacred bekommen. Oder einen ewigen Seelenstein. Was natürlich crazy ist. Auch 500 Gems sind gut. Eine Mille Silber. Da könnten sie durch zwei Mille draus machen. Aber sonst ist es von der Value schon sehr gut. Der Punkt ist der. Ich habe mit meinem Main Account das letzte Kartendeck komplett Max gemacht. Und habe kein einziges Mal drei gehittet. Also es ist einfach super random. Und ja. Wir machen jetzt diese Steine auf. Diese Karten. Und dann die Shards. Und dann sind wir aber auch schon wieder fertig. Ich hoffe natürlich. Dass wir wieder Leggy hitten. Oder zumindest krass Epics. Wir brauchen noch einen guten Burner. Wir bräuchten einen Counter Attacker. Wir bräuchten bei den Voids den Man Eater. Was natürlich geil ist. Und ja. Wir haben 10. Zu wen? Wir haben schon mehr. 20 Punkte. Und ich glaube genau die 20 reichen. Bei Nett mache ich noch ein paar Grüne auf. Damit wir auf die Punkte kommen. Aber ja. Ich mache mal auf. Okay. Uh. 50 Gems ist gut. Hey. 50 Gems ist richtig gut. Einmal Blau. Wir machen noch eine Ecke auf. Grün. 75 K. Seht ihr? 2 aufgemacht. Direkt. Einmal Grün. Einmal Blau. Und so kann es laufen. Aber 50 Gems ist sehr sehr gut. Ein Refill. Das sind jetzt 130 Energie gewesen. Ja. Wir kriegen jetzt dann wieder große Marken. Wenn wir verkaufen. Können wir vielleicht dann einen potenten Stein kaufen. Und dann könnten wir fast den großen kaufen. Aber ja. Ich drücke mir selbst die Daumen. Seelen. Seelen haben einen riesigen Impact auf unseren Account. Deswegen werden da auch. Also da reichen auch 1 Sterne Seelen von OK Champions. Die wir nutzen. Um einfach extreme Fortschritte zu erzielen. Ja. Hauptmann nein. Inquisitor auch nein. Gib mir keine Rares. Gib mir ein paar Epics. Gib mir eine Leggy. Leggy wäre wieder geil. Ripper Fist. Nein danke. Werden wir auch nicht hochziehen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ohne Leggy. Und. Schon wieder. Schon wieder eine Void. Bis. Ich habe jetzt 5 oder 6 Void Leggy Seelen. Auf dem Account hier. Ich zeige es euch gleich. Ist nice. Aber wann werden wir die Pullen. Ja. Ohne Epic. Und. Der Dirk haben wir auch noch nicht glaube ich. Der Dirk habe ich noch nicht. Werde ich auf jeden Fall aufheben. Ist ein sauguter Champion. Wenn wir den Pullen. Wird der uns bei den Zwergen auf jeden Fall pushen. Okay. Zwei Seelen. Die wir schon mal. Geil. Drei Sterne Seelen sind super. Damit kriegen wir sehr viele Punkte. Das freut mich natürlich. Und. Noch eine Rare. Es gibt ein paar Rares die wir noch brauchen. Oh. Noch eine Drei Sterne Seele. Das ist natürlich nice. Ja. Schau. Wir haben Tuana Rack. Wir haben Vizix. Vizix bekommen wir irgendwann. Wir haben aber auch Baron, Blind Seer und Warlord. Also 5 Void Leggy Seelen. Die wir halt einfach nicht nutzen. Nicht nutzen können. Vor allem. Das ist das Schlimme. Weil wir die Champs einfach nicht ziehen werden. Da bin ich mir fast sicher. Das Gute ist. Wir kriegen jetzt die Seelen hierfür. Und können damit einen Steiger. Einkaufen. Das ist geil. Auf dem Free2Play. Ne. Auf dem. Doch genau. Ich habe gesagt. Ich werde noch kaufen. Bis wir. Also quasi nur diesen einen. Damit wir jetzt. Dann diese Seele hier bekommen. Die Punkte. Und nach diesem. Jetzt. Das war der letzte potente Seelenstein. Den ich kauft. Werde ich die Punkte sparen. Und dann. Wieder eine Epic. Oh. Square Rames. Den werde ich nicht nutzen. Den werde ich echt nicht nutzen. Und ab jetzt werde ich mit den Marken hier. Und auch dann später mit den großen. Nur noch im mystischen Markt hier unten. Die potenten Seelenessenzen. Und ewige Seelenessenzen kaufen. Weil es einfach sinnvoller für mich ist. Denn wie wir im Shop hier sehen. Jetzt ist gerade nichts mit drin. Was ich gebrauchen kann. Aber wenn hier halt eine Seele drinnen ist. Von dem Leggy. Die ich unbedingt bräuchte. Weil ich dann eine spezielle Erweckung haben kann. Die mir extrem weiterhilft. Wie ich sie jetzt bei Draconia gemacht habe. Da habe ich sie gekauft. Um einfach zu sagen. Okay. Den haben wir gerade gepullt. Diesen Hochelf. Na hier. Den da. Ja. Es gibt auch wieder. Ich brauche nur noch ein paar Seelen dafür. Um endlich einen großen zu kaufen. Was natürlich crazy wird. Ich bin mir sicher. Wir ziehen dann eh wieder ein Void. Den wir einfach nicht brauchen. Oder ziehen werden. Aber ja. Also. Schatz. Wir können Rio pullen. Wir können Dutchess pullen. Wir können ein Brogney pullen. Eine Elva. Alle drei. Also alle drei von den Non-Voids sind crazy. Und würden den Account einfach ins Unermessliche boosten. Aber auch bei den Voids. Wenn wir eine Epic hitten. Wäre Man-Eater natürlich krass. Wie gesagt. Wir machen Sacred. Der letzte Sacred war erst ein Leggy. Deswegen. Ja. War mir fast sicher. Oh Mann. Nasana. Ich brauche noch. Ich brauche noch eine Fane. Ich brauche noch einen Skull Crusher. Ich brauche noch einen Morikai. Und jetzt ziehe ich Nasana. Vor allem. Okay. Nasana ist neu. Jetzt wollte ich gerade sagen. Ich glaube die habe ich schon gepullt. Also sie ist nicht verkehrt für Faction War. Problem ist mit den Dämonen bin ich durch. Dämonen habe ich so gut gepullt schon. Da brauche ich nichts mehr. Aber Antike. Antike sind bei 30 glaube ich drin. Oder so. Also da haben wir erst vor kurzem Leggy gepullt. Da glaube ich werden wir jetzt keinen pullen. Außer wir haben natürlich mega viel Glück. Wer das Chartvideo vom Wochenende gesehen hat. Oder im Stream war. Weiß wie viel Glück man haben kann. Das war ein bisschen crazy. Oh jetzt habe ich aus Versehen. Mein Fenster geschlossen. Ja auch nichts. Also was geil war. Was geil war gerade. Ich habe es vor lauter Quatschen völligst übersehen. Wir haben einen Felsbrecher gezogen. Und ich habe ja gesagt. Ich brauche noch Damage für die Fraktion. Weil ich überlebe. Aber die Gegner fallen nicht um. Und das ist nice. Felsbrecher auf jeden Fall brutal. Werde ich hochziehen. Wird mein Damage Dealer auch mit dem Counter. Und mit dem Provoke. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Die Stunde. Die Stunde der Stunden. Oder wie auch immer man es sagt. Gib mir. Leggy wäre natürlich am krassesten. Epic. Oh mein Gott. Wir haben eine Demistha. Let's go. Oh wir haben Paragon. Ist saugeil. Paragon. Wir haben einfach. Wir haben einfach. Kampagne jetzt fertig. Mit Paragon kann ich es jetzt machen. Oh mein. Ey. Ey. Demistha und Paragon. Leute. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Zwerge ist jetzt zu 100% safe. Morley. Cornelia. Maske. Felsbrecher und Demistha. Easy going. Easy going. Easy. Oh mein Gott. Richtig gut. Paragon auch. Wir kriegen unseren Sacred. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Der Rest. Der Rest war alles okay. Nazana. Wie gesagt. Ist recht interessant. Weil wir eine AOE A1 haben. Verbündeten Schutz. Schilde. Und aber auch ein AOE Attackdown. Ist nice. Kann mit dem Stunset wirklich geil sein. Aber wie gesagt. Ich habe Paidma. Ich habe Skim Foes. Ich habe Lord Shazah. Ich habe Wittia. Ich habe Gräfin. Ich habe Dragstar. Ich habe super krasse Champions für die Fraktion. Damit werde ich sie easy peasy schaffen. Wir haben hier noch einen Harus Specs gepullt. Was natürlich geil ist. Aber bei den Salamandern haben wir Pythion. Also habe ich da meinen Reviver. Und somit ist es relativ. Aber let's go. Leute. Das. Wow. Okay. Ja. Wie ich es erwartet habe. Ich brauche noch 30. Die werde ich mit 30 grünen aufmachen. Und dann sind wir soweit. Dann haben wir es. Dann sind wir bei 1000. Dann fehlen uns. Würden uns noch 410 Punkte fehlen. 410 Punkte. Damit ich. Aber der Punkt ist der. 410 Punkte. Um. Um dann 1500 von denen zu bekommen. Ich weiß nicht. Ob es sich lohnt. Ich meine. Wenn ich heute noch Baller. Und den Sacred bekomme. Dann könnte ich auch noch weiter gehen. Und den Stein. Aber das ist nicht wert. Meinen Schatz. Im 10-fach so zu wasten. Deswegen lasse ich es. Ich lasse es jetzt zu. Man Eater wäre nice. Ja. Gott. Wir machen jetzt den einen Void noch auf. Vielleicht ist noch eine Epic drin. Nein. Und noch eine Renegade. Jetzt habe ich zwei von der heute gezogen. Okay. Ist relativ. Jetzt muss ich auch keine grünen mehr aufmachen. Jetzt haben wir es. Richtig, richtig nice. Wir werden natürlich gleich alles einsammeln. Ich muss natürlich direkt Gas geben. Und hier alles einsammeln. Energie gleich verballern. Im Drache. Fange ich jetzt dann auch direkt an weiter zu farmen. Ja. Uff. Oh. Das war jetzt trotzdem. Wir haben keine Leggy gepult. Aber es war trotzdem Jackpot. Wir haben unsere Fragmente. Und wir haben mit dem Mythra. Wisst ihr, was das krasseste an der Sache ist? Ich kann jetzt ein Ultranightmare Team bauen. Weil ich brauche nur eine einzige, die Mythra für ein Ultranightmare 2Key Team. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich gucke mir jetzt mal die Teams an. Ich habe selber zwei, drei Stück gebaut. Ich glaube, ein oder zwei kann ich darum bauen. Aber, ja Leute. Wir werden jetzt demnächst Ultranightmare Klamus hitten. Richtig, richtig crazy. Unglaublich heftig. Fett. Richtig geil. Pythion. Ultranightmare Klamus in Zukunft. Fraktion. Safe. Arbiter. Safe. Mit dem Mythra Block Damage. Oh Gott. Wir haben Paragon. Easy. Ich kann mir ja jetzt, äh, ich kann jetzt Dings cheesen. Die Spinne. Ja Leute, Jackpot. Diese Session war Jackpot. Sehr, sehr gut, dass wir pullen mussten. Wirklich, wirklich nice. Sonst hätte ich gespart auf zweifache Events. Äh, ja. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Richtig crazy diese Session. Wenn ihr nichts zu sagen habt, einfach euer Lieblings-Emoat in die Kommentare. Und, ähm, ja. Was soll ich sagen? Erfolgreiches Wochenende. Geiler Sonntag. Jetzt geht es ans Gammeln. Jetzt geht es ans Chillen. Ähm, wow. Wirklich crazy. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Alien. Ciao, ciao.